Die Frequentis AG ist ein österreichisches Unternehmen, das 1947 gegründet wurde. Wir haben weltweite Niederlassungen. Unser Hauptfokus liegt auf Sprach- und Datenvermittlung im sicherheitskritischen Bereich. Hier primär im Air Traffic Kontrollbereich sowohl militärisch als auch zivil, sowie Public Safety und Transport. Dazu zählen Rettung, Polizei, Feuerwehr, Bahn- und Maritimbereich. Innovation bedeutet für mich, neue Technologien in sicherheitskritische Märkte zu bringen und das rasch als der Mitbewerb. Frequentes Lösungen werden von mehr als 500 Kunden eingesetzt in 140 Ländern. Unsere zahlreichen Standorte sind dabei von immenser Bedeutung auch für die lokale Wertschöpfung. 21 dieser Standorte betreibt die IT zentral hier von Wien. IT ist die Basis für Innovation. Ohne Technologie ist Innovation nicht möglich. Innovation braucht ein starkes Partnernetzwerk. Nur gemeinsam ist Innovation möglich. ACP betreibt für Frequentes den internen IT Helpdesk und auch die Hotline für unsere internationalen Kunden. Dabei ist ACP unser Single Point of Contact für unsere internationalen Kunden und damit die Visitenkarte für Frequentes. Weiters ist ACP ein wichtiger Handelspartner für IT Equipment im Kundenprojektumfeld. Francois Bis zum nächsten Mal.